In diesem Video wollen wir uns mit der Haltung vor der Kamera beschäftigen. Eine aufrechte Haltung ist wichtig, denn dann wirken wir souverän. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir unser Video im Stehen. Jetzt zum Beispiel bin ich gerade im Stehen. Da haben wir eine gute Stabilität und achten darauf, dass wir schön aufrecht stehen. Ich fange mal unten an. Also die Füße sind beide fest verwurzelt am Boden. Der Abstand ist ungefähr so, dass die Füße unter den Hüften stehen. Die Knie sind nicht durchgedrückt. Fühlt euch richtig stabil. Wenn ihr die Knie durchdrückt, dann seid ihr nicht wirklich stabil. Wenn jemand euch schubsen würde, würdet ihr umkippen. Sobald ihr die Knie ein bisschen nachlasst, merkt ihr hier, seid ihr stabil und flexibel. Da kippt auch das Becken so einen Tick nach vorne. Stellt euch vor, ihr könnt euch jederzeit auf einen Barhocker setzen. So fühlt es sich etwa an. Der Brustkorb ist schön geöffnet. Ihr seid hier auf. Die Schultern gehen leicht zurück. Nicht Brust raus oder so, wie man früher gelernt hat. Nein, einfach nur hier öffnen. Ich mag es mir vorzustellen, dass ich eine Medaille tragen würde, die ich präsentiere. Schon bin ich hier ein bisschen offener und aufrecht. Der Kopf darf nicht so hoch sein. Wir dürfen nicht Kinn bieten, sondern die Stirn sollte der vorderste Punkt sein. Also Stirn bieten, nicht Kinn bieten. Die Aufrechterhaltung führt zu einer großen Stabilität. Und wenn wir im Stehen sprechen, sollten wir uns auch fest verwurzeln, also an dieser Stelle auch stehen bleiben. Sobald wir hier irgendwie rumlaufen und rumschaukeln, ist das im Video nicht ideal, weil es komische Geräusche geben kann. Und weil es mit dem Licht dann immer hin und her schwankt. Also deswegen ist es besser, wir bleiben an einer bestimmten Stelle stehen und sind da fest verwurzelt. Gewicht nicht auf ein Bein oder das andere Bein, sonst sind wir sofort wieder schief, sondern auf beide Beine gleichzeitig verteilt. Wenn wir im Sitzen sind, rutschen wir auf das vordere Drittel des Stuhls und beugen uns mit dem Oberkörper leicht vor. So, beobachtet das mal, wie es ist, wenn ihr im Restaurant Menschen seht, die sich unterhalten. So sollte es sein, denn ihr sollt in Bezug gehen mit euren Zuhörern. Deswegen bleibt nicht zu weit hinten, sondern beugt euch nach vorne. Schon seid ihr sehr nah an euren Zuschauern dran. Die Haltung darf nicht unterschätzt werden, denn die Haltung hat sehr viel mit eurer Wirkung zu tun. Selbst wenn man nur, wie hier in diesem Video, diesen Teil sieht, also bis zur Brust etwa und den Kopf, ist es dennoch wichtig, dass man eine gute Haltung hat. Denn schaut mal, wie es aussieht, wenn ich nicht beide Beine stabil auf den Boden stelle, sondern mein Gewicht verlagere. Dann sehe ich so aus. Ist zwar lässiger vielleicht, aber auch weniger präsent. Zack, so, jetzt bin ich wirklich präsent. Und wenn ich mich im Sitzen zurückbeuge und es mir sehr gemütlich mache, habe ich eine große Distanz. Also meine Lieben, es spielt eine große Rolle, welche Haltung wir haben. Seid aufrecht und zugewandt und dann gewinnt ihr auch eure Zuhörer.